47. Lektion Drei Szenen einer Ehe Jetzt sind wir erst eine Woche verheiratet und du kommst schon so spät nach Hause. Sei nicht böse. Ich habe nur den Leuten in der Kneipe erzählt, wie glücklich ich mit dir bin. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich gehe zu meiner Mutter zurück. Zu spät. Deine Mutter hat eben angerufen. Sie hat sich mit deinem Vater gezankt und ist zu deiner Großmutter zurückgegangen. Warum erzählst du überall, dass du mich geheiratet hast? Weil ich so gut koche. Ich weiß doch nicht mal, wie man Spiegeleier brät. Weißt du was Besseres? Irgendeinen Grund muss ich doch angeben. Drei Szenen einer Ehe Jetzt sind wir erst eine Woche verheiratet und du kommst schon so spät nach Hause. Sei nicht böse. Ich habe nur den Leuten in der Kneipe erzählt, wie glücklich ich mit dir bin. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich gehe zu meiner Mutter zurück. Zu spät. Deine Mutter hat eben angerufen. Sie hat sich mit deinem Vater gezankt und ist zu deiner Großmutter zurückgegangen. Warum erzählst du überall, dass du mich geheiratet hast? Weil ich so gut koche. Ich weiß doch nicht mal, wie man Spiegeleier brät. Weißt du was Besseres? Irgendeinen Grund muss ich doch angeben. Die Ehe Brack Die Hochzeit Свадьба Das Ehepaar Supружesкая Para Die Ehefrau Supruga Der Ehemann Suprug Böse Böse Zlой Das ist ein böser Junge. Это zlой мальчик. В предложениях, где именной частью сказуемого является существительность прилагательным, следует говорить вначале. Das ist Sind Das ist eine schöne Frau. Это красивая женщина. Обратите внимание на положение глагола. Он ставится в конец предаточного предложения. Aushalten Выносить, выдерживать, терпеть Неправильный глагол. Sie hält das nicht aus. Она этого не выносит. Sie hat ihn nicht mehr ausgehalten. Она его больше не выносила. Eben Как и Gerade В определенном контексте означает только что, как правило, перед глаголами событийного значения. Was hast du eben gesagt? Что ты только что сказал. Heiraten Жениться на ком-то, выйти замуж за кого-то. Sich verheiraten Пожениться с кем-то. Warum hast du mich geheiratet? Почему ты на мне женился? Или Почему ты вышла за меня замуж? Sie haben sich vor zwei Wochen verheiratet. Они поженились две недели назад. Braten Жарить При части прошедшего времени Gebraten Жаркое Жаркое Коchen Готовить Варить Кипять Sie kocht so gut Она так хорошо готовит Kochst du uns einen kaffee? Ты сваришь нам кофе Das Wasser kocht Вода кипит Irgend Частица, соответствующая русским то и нибудь образующие неопределенные, местоимения Irgend wer Кто-то, кто-нибудь Irgendwo Где-то, где-нибудь Irgendwas Что-то, что-нибудь Ich werde irgendwann und irgendwo hinfahren Когда-нибудь я куда-нибудь поеду. В сочетании с неопределенным артиклем Ein Означает какой-то, какой-нибудь Was für einen kuchen möchtest du? Irgendeinen Какое пирожное ты хочешь Какой-нибудь Все равно какое Übung Sie sind erst einen Tag hier und kennen schon fast die ganze Stadt. Warum kommst du immer so spät? Seien Sie bitte nicht böse, aber ich habe in der Kneipe erzählt, dass Sie viele Schulden haben. Hunde und Katzen zanken sich mit Vergnügen. Er ist seit 20 Jahren mit ihr verheiratet. Sie ist seit 20 Jahren mit ihm verheiratet. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Erst drei Monate. Sделайте, установите, пожалуйста, радиотише. Больше я не могу его выносить. Stellen Sie bitte das Radio leiser. Ich kann es nicht mehr aushalten. Мы только что поели. Ты пришел слишком поздно. Wir haben eben gegessen. Du kommst zu spät. Почему вы везде рассказываете, что ваша жена хорошо готовит? Warum erzählen Sie überall, dass Ihre Frau gut kocht? У вас есть какая-нибудь причина или вы всегда такой? Haben Sie irgendeinen Grund, oder sind Sie immer so? Только что позвонил ваш муж и спросил, как жарить яичницу? Ihr Mann hat eben angerufen und gefragt, wie man Spiegeleier брет. Herzlichen Dank. Viel Glück. Herzlichen Dank.